Wer ist da? Ein Hauch von Bombay. Ah, wie schön. Na, Junge? Guten Tag. Sie wollten das Magnititerhühnchen, Palekpanie und eine Limonade. Das sind 1482, Sir. Ich muss mein Geld holen. Komm rein, komm rein. Junge, wie lange kommst du schon zu mir? So circa zwei, drei Jahre? Keine Ahnung, Sir. Sobald ich mich erinnere, habe ich eine ganze Zeit lang das Tambourilam bestellt. Das war wundervoll, nicht? Wie war der Name noch? Sanjib. Sinpat? Sanjib. Sanjob? Sanjib. Hören Sie, ich habe noch das ganze Autofalleressen. Wenn Sie jetzt bitte beszahlen würden, wäre ich sehr dankbar. Gut, das erledigen wir nachher. Aber zuerst möchte ich dir noch kurz erklären, wie die Dinge so laufen auf diesem verrückten Planeten, den wir Mutter Erde nennen. Wenn du Rekord und Play drückst, nimmt er auf. Boop, boop. Boop.